Der regionale Wachstumskern Frankfurt oder Eisenhüttenstadt soll weiterentwickelt werden. Bis Ende des Jahres 2022 soll die strategische Weiterentwicklung aktualisiert werden. Mit der Fortschreibung ist die EBP Deutschland beauftragt worden. Wesentliche Auswirkungen auf die Region hatten und haben die Eröffnung des Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg und die Ansiedlung von Tesla in Grünheide. Diese Ansiedlung hat auch auf die Stadt Frankfurt oder und Eisenhüttenstadt Auswirkungen. Gleichzeitig hat die Corona-Pandemie das Wohn- und Pendelverhalten beeinflusst. Die Fortschreibung des Standortentwicklungskonzeptes soll auf diese neuen Einflüsse eingehen und eine Basis für die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung des Wachstumskern schaffen. Der Beschluss zum Verkauf des städtischen Alten- und Altenpflegeheimes in Eisenhüttenstadt soll am Mittwoch in einer Sondersitzung der SVV erfolgen. Im nicht öffentlichen Teil soll der potenzielle Käufer den Zuschlag erhalten. Mit dem Verkauf beabsichtigt die Stadt sich von der kommunalen Altenpflege zu verabschieden. Auch der Landkreis hat den Plan eines Neubaus Altenheim in Eisenhüttenstadt noch nicht umgesetzt. Nach dem Verkauf des städtischen Altenheimes wird es in der Pflege und der Betreuung alter Menschen nur noch private Angebote geben. Noch ist unklar was das Fischsterben in der Oder verursacht hat. Aus diesem Grund hat die Kreisverwaltung eine Allgemeinverfügung veranlasst, die auch auf dem Oderspraykanal bis zur Brücke Besskorrstraße gilt. Verboten sind danach vorerst das Baden, Tauchen, Schöpfen mit Handgefäßen, das Vieh tränken und das Schwemmen. Auch das Betreten von Uferflächen und Anlagen in und an den vom Geltungsbereich erfassten Gewässern zum Zweck der Fischerei ist untersagt. Der Landkreis Oderspray bittet angesichts der noch unklaren Gefährdungslage darum, die verendeten Fischen nicht selbst einzusammeln. An der Westfassade der St. Marienkirche in Frankfurt wird die Fassade saniert. Derzeit erfolgt die Einrüstung der Fassade. Lose Putz- und Mauerwerksteile werden entfernt und denkmalgerecht ausgebessert. Ebenso werden Bleiabdeckungen in Nischen und an Vorsprüngen erneuert und ergänzt. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich Mitte Dezember 2022 beendet sein. Um brütende Vögel nicht zu stören, wurde gemäß der Auflage der unteren Naturschutzbehörde im jetzigen Spätsommer mit den Baumaßnahmen begonnen. Die Finanzierung erfolgt über Eigenmittel der Stadt Frankfurt oder in Höhe von 280.000 Euro. Während der Bauzeit wird das Glockengeläut abgestellt und die Turmuhr ausgeschaltet. Auch Turmbesteigungen sind aus Sicherheitsgründen im genannten Bauzeitraum nicht möglich. Die Besucherinformation Neuzelle zieht um. Aus diesem Grund ist diese vom 22. August bis 28. August geschlossen. In dieser Zeit sind die Mitarbeiter weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar. Am neuen Standort, in der Bahnhofstraße 22, dem ehemaligen Amtsgebäude, wird die Besucherinformation wieder eröffnet. Das waren die Meldungen des Tages.